So wie Helmut Kraus die Serien Holgers Weltreisen und 2114 durch seinen unvergleichlichen Erzählstil prägt, ist unsere nächste Sprecherin die Taktgeberin einer weiteren Serie. Barbara Rattei ist Lady Bedford, Hauptfigur unserer gleichnamigen Krimi-Hörspielreihe. Neben ihrer Arbeit im Studio trägt sie auch entscheidend zu der Entwicklung des Charakters und der Serie bei. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich die Clowns finde? Aber das ist doch Ihr Wohnwagen. Nein, um genau zu sein, kenne ich Sie nicht einmal. Sie wissen nicht zufälligerweise den Namen der Clowns, oder? Geh nochmal, bitte. Nein, um genau zu sein, kenne ich Sie nicht einmal. Sie wissen nicht zufälligerweise die Namen der Clowns, oder? Nein, nichts. Wie kommen Sie darauf? Was war denn das für ein seltsamer Mensch? Wer? Ein sonderlich begabter Zauberer scheint er aber auch nicht zu sein. Ihnen bei den Ermittlungen helfen. Entflohene Bankräuber sterben nicht einfach nur so. Glauben Sie mir. Machst du mir von denen noch eine zweite Person, bitte? Entflohene Bankräuber sterben nicht einfach nur so. Glauben Sie mir. Prachst du mir. мер